Teleport. Ach ne, im Kampf. Was zum nochmal X-Dev. Ähm, aber sowas ist ein X-Dev. Ähm, ähm, Eis. Eis entscheidend, oder? Okay, das macht Schaden. Blitz. Ähm, das macht auch okay Schaden. Äh, Spielzeugkammer. Macht noch an sich Schaden. Das habe ich. Was soll ich jetzt mal rausprobieren? Wasser macht gar nicht so viel Schaden. Erde. Macht auch nicht so viel Schaden. Nur noch schön eine Anmeldung. Ja, ne. Luft. Ne, nicht ganz so. Spielzeugkammer. Bäm. Sex oder ein Alter. Haben wir das überhaupt bisschen keine Ahnung. Ja, ne, Luft. Licht. Licht haben nur eins und Licht auch nur eins. Scheiße. Ich hoffe, so, naja. Egal. Bäm. Aber das macht nicht halt so viel Schaden. Licht. Äh, Schatten habe ich jetzt probiert. Ne, Licht. Das macht auch nicht halt so viel Schaden. Na gut, das ist ja auch Leverend Zauberchen daher. Ähm, ist da gerade langsam und irgendeine Illusion. Hahaha. Ne, es ist selber angegriffen. Cool. Okay, dann würde ich sagen, pfeffern wir mit Blitz, äh, mit Eis? Äh, mit Eis drauf. Bäm. Macht eigentlich auch die Schaden. Von daher... Die, 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 die... Und Schüss. Haha. Und ich bin so mächtig. Einig da, also von der DDP 5000 Teiler. Sky-Level 29, Hunter-Level 24, Store-Level 28, Robor-Level 28. Oh Yeah. wo hat er die kraft hat er was wo er hat er die kraft hat tut und tun also hat er es echt geschafft zu werden ich habe es geschafft nichts wird noch an mit mit ich noch aufhalten können bete zu euren bitte zu mir euren gott du raffst du raffst es nicht ich bin ein gottslayer also zeigt mir was du kannst gottslayer was okay noch einen kampf ach du heilige ich habe keine keine mp mehr mein freund auch eis okay komisch dass er immer gegen eis empfindlich ist schöne musik muss ich schon sagen okay du solltest euch mal heilen ach du hast nicht mal genug mp mist dann wirst du mal eben eis zaubern wer von euch hat noch genug mp um heilen zweis aufzaubern bitte keiner oder wie eis 2 die 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 hast du noch genug da hast du noch eine mp okay heilen zwei bitte die 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 danke so und das nicht mal genug mp du bist mal eben kotzeine mp ein bisschen auffüllen die schlechte hier daher so die 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 cuid der zwei langsam und region schon wieder kann spiel soll kammer so vieles auslösen. Das wäre natürlich cool. Das wäre übelst Imba. Oh man ey. Oh man wie Imba. Wie Imba. Alter. Alter verwaltet. Bäm. Boah, vor allem der Schadenoperation. So, du brauchst mir den Patienten. Bäm. Und noch mal Imba. Bäm. Dreine fünf Schaden und noch mal Spielzeugkammer. Bäm. 417 Schaden. Bäm. Alter, da hätte ich zu viel aussehen. Soll man den noch besiegen? Ich hoffe es. Nicht, dass der unendlich viel HP hat. Bäm. Hat der sich selber gerade angekriegt? Ich glaube ja. Bäm. 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 Alter, wie viele Hände aus? Das gibt's doch nicht. Bäm. 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 Jetzt haben wir wie viele Hände aus. Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, also ich meine lieber eine kleine Anleitung eben kurz noch bevor jetzt der Teil hier stimmt hier der Beginn des Parts. Ja, eben zu dem Zeitpunkt jetzt nicht mehr. Ähm. Den letzten Tag später auf kam meine Mutter rein. Er meinte immer wieder Trouble machen zu müssen. Und deswegen äh. Ist der jetzt der restliche Part des Kampfes und die Katzin danach noch ohne Ton, ohne ohne Mikro, weil ich da ja nicht sprechen konnte, weil die nämlich vorne schlafen wollte. Weil, ja, mein, äh, ihr, mein, ihr, ihr, ihr Lebensgefährte, ne? Und der schneicht immer so. Und deswegen meint sie immer mal umschlafen zu müssen. Ähm. Naja. Jedenfalls wundert euch also nicht, wenn das Schmink auf einmal aus ist. Ich wollte bloß nicht mit dem Kampf cutten. Und dann aufhören mit dem Kampf. Das wäre ein bisschen scheiße gewesen. Man kann nicht dann speichern. Von daher ähm. Naja. Ich nehme es weiter auf nur mal. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Alte Macht Ex Ragnarök. Auf Wiedersehen. Mal bei Let's Play Alte. Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020